Liebe Freunde, ich befinde mich hier auf dem wunderbaren, schönen Madeira, mitten im Atlantischen Ozean, umgeben von Meer und Magie. Soeben schloss ich ein fünftägiges Seminar ab zum Thema Medialität und Hellsehen und wie die Kraft der Intuition gelernt werden kann. Das Seminar war so inspirierend, dass die Organisatorin Sabine Hoffmann und ich uns entschlossen haben, nächstes Jahr zwei Seminare anzubieten. Im ersten Seminar geht es darum zu lernen, wie Auren zu lesen, wie die Chakren zu sehen, zu interpretieren und wie mit diesem Wissen sein Leben besser ergründen und verstehen zu können. Mit der Kraft deiner Intuition, in dem du deine Aura oder auch die Auren anderer Menschen sehen kannst, wird es dir einfacher, deinen Lebensweg zu erkennen und auch Entscheidungen zu fällen. Du kannst andere Menschen besser lesen, du kannst Projekte lesen, du kannst die Energien von möglichen nächsten Schritten intuitiv analysieren. Du wirst lernen, wie mit der Kraft deiner Intuition ganzheitlichen Erfolg anziehen zu können. Im zweiten Seminar, das werden dann drei Tage sein, ist es hauptsächlich ein Seminar, in dem es um die Vertiefung der Medialität und der Hellsichtigkeit geht, nämlich Techniken, die du vielleicht schon kennst, vertiefen oder neue Techniken dazulernen. Ein wunderbares Seminar speziell auch für jene, die schon Erfahrungen mit Medialität und Intuition haben und dieses noch vertiefen möchten. Diese zwei Seminare werden im 2019 ab dem 18. April stattfinden, also auch wieder überursacht. Der Quadratmeter Beide Seminar extrem schön an einem wunderbaren Ort, in einem wunderbaren Resort, mit einem super schönen Spa, um sich massieren zu lassen. Mit einem wunderbaren Garten, mit magischen Blicken auf das Meer, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang darf genossen werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Als spezielles Geschenk gibt es auch bis Oktober einen Frühbucherrabatt. Wir freuen uns jetzt schon euch, dich an diesem wunderbaren Ort begrüßen zu dürfen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!